Die ersten Minuten dieses Videos werde ich komplett spoilerfrei über das Spiel reden. Also keine Sorge, die könnt ihr euch auch anhören, wenn ihr das Spiel noch selber spielen wollt oder noch nicht fertig seid. Oder eben einfach nicht gespoilt werden wollt und ich werde euch dann ausdrücklich darauf hinweisen, wenn es Zeit ist auszumachen, wenn ich über die Details rede. Also erstmal vorweg bin ich jetzt mit einem sehr positiven Gefühl und einem sehr positiven Bild von dem Spiel aus dem Spiel rausgegangen. Das Spiel hat mich durch die Bank wirklich im Grunde sehr gut unterhalten und amüsiert. Es gab einige Schwachpunkte, einige Passagen, die fand ich nicht so gut. Andere haben mir dagegen wieder sehr gut gefallen, aber alles in allem wirklich eigentlich eine super Erfahrung. Das Spiel kann in manchen Passagen wirklich sehr unheimlich und gruselig und creepy sein. In anderen total abgedreht over the top und irgendwie auch auf seine eigene Art, auf die typische Resident Evil over the top Art. Sehr cool. Das hat mir wirklich alles sehr gut gefallen. Gestern, nachdem ich Dimitrescos Schloss gerade mal hinter mich gebracht habe, war ich noch ein bisschen skeptisch, wo das noch hingeht und wie sich das noch entwickelt und wie es wird. Aber jetzt kann ich sagen, alles in allem einfach nur echt gut. Ich habe jetzt auch sofort Bock, das Ganze nochmal weiter zu spielen. Also ich werde es wahrscheinlich nochmal auf einem höheren Schwierigkeitsgrad spielen oder New Game Plus starten. Und auch den Mercenary Modus, den ich jetzt freigeschaltet habe, werde ich jetzt natürlich auch öfter spielen. Habe ich auch schon angetestet, auch der macht mir wirklich Spaß. Das ist wirklich eine coole Erweiterung vom ursprünglichen Mercenaries Modus, also Söldner Modus. Aber Söldner Plural. The fuck, warum spielt man nur Ethan? Also wahrscheinlich zumindest. Aber gut, trotzdem haben die den Modus auf eine sinnvolle Art erweitert. Das ist auf jeden Fall, der ist gut. Der ist gut geworden. Das Spiel schafft es wirklich relativ gut, überraschend gut, die gesamte Serienhistorie so ein bisschen in sich zu vereinen. Es gibt Passagen, die sehr stark an Resident Evil 4 erinnern, wie er auch optisch sehr viel an Resident Evil 4 erinnert. Es hat aber auch Stellen, die wirklich eher an die alten Resident Evils erinnern. Auch die Resident Evil Remakes sind quasi mit drin so ein bisschen. Und es gibt auch Passagen, die erinnern, ehrlich gesagt, eher an Silent Hill oder vor allem P.T. und dem Silent Hills Trailer. Das Spiel, das leider nie erschienen ist, da Kojima ja dann Konami verlassen hat. Aber ja, auch das wurde jetzt hier ironischerweise in Resident Evil aufgearbeitet. Und dann zum Schluss haben wir absurde Over-the-Top-Action, wie man es erwarten würde von so einem Resident Evil im Grunde. Ja, und das Ganze dann natürlich mit dem Gameplay aus dem siebten Teil als Trägermedium quasi, als Trägermittel durch diese ganzen Szenarien durch. Ich bin nicht der größte Fan von der First Person. Ich bin ganz froh, dass Resident Evil 7 und Resident Evil 8 jetzt auch eben kein First Person Shooter sein will in dem Sinne, sondern wirklich ein relativ langsames und auch träges und auch in gewisser Weise strategisches Spiel, das das Zielen durchaus absichtlich schwer macht, damit es sich für dich auch lohnt, dass die Gegner dir nahe kommen. Wobei du die eigentlich nicht nahe an dir dran haben willst, weil dann werden sie gefährlich. Ich mache das gut, finde ich, sehr gut. Also, obwohl ich First Person nicht mag und obwohl ich First Person Shooter vor allem auch gar nicht mag oder damit nicht viel anfangen kann, funktioniert das für mich trotzdem sehr gut. Auch wenn mir eine Third Person ähnlich wie in Resident Evil 4 oder den Remakes jetzt schon deutlich besser gefallen würde. Aber das ist nicht wirklich ein Kritikpunkt, das ist in Ordnung. Als negativen Punkt würde ich für alle, die noch unschlüssig sind, sagen, wenn ihr ein wirklich gruseliges Horror-Spiel wollt, wenn ihr ein Psycho-Horror-Spiel wollt, wenn ihr unheimliche Passagen wollt, die euch halb in den Wahnsinn treiben vor lauter Angst, dann ist Village definitiv das falsche Spiel und der falsche Teil der Resident Evil-Reihe für euch. Der siebte Teil war sehr viel gruseliger und auch sonst gehört das Spiel definitiv zu den ununheimlichsten. Wobei es schon seine, wenn auch relativ kurzen Passagen hat, die schon intensiv sein können. Im Fokus steht aber doch eher die Action. Survival-Horror-Elemente sind durchaus vorhanden. Ich hatte jetzt tatsächlich in meinem Playthrough öfter Munitions- und Heilungsprobleme, aber nie wirklich. Ich war immer so an der Schwelle zum, oh Gott, ich weiß nicht mehr, mit was ich noch schießen soll, aber hatte dann doch immer noch genug Munition zur Verfügung, auf dem Standard-Schwierigkeitsgrad zumindest. Ist mir nie wirklich was ausgegangen. Ich hatte nur öfter das Gefühl, bald geht's mir aus. War dann aber doch nicht so. Also insofern war das sogar ganz gut gebalanced, was für mich dann doch für spannende Situationen gesorgt hat, in denen ich teilweise nicht mehr wusste, ob meine Munition noch reichen wird, ob meine Heilung reichen wird. Hat's aber dann letztendlich. Ich schätze mal, dass das Spiel auch so ein bisschen adaptiv drauf reagiert. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber da ich eben das so oft erlebt habe, denke ich, das Spiel reagiert da wirklich adaptiv auf deinen Munitionsverrat und gibt dir mehr, wenn du wenig hast und andersrum. Denke ich. Bin mir aber nicht sicher. Schade finde ich, dass auf manche Oberhäupter und manche Figuren in dem Spiel meiner Meinung nach zu wenig eingegangen wird. Ich finde auch, dass die vier relativ unterschiedlich im Spiel gewichtet sind. Schon allein von der Spielzeit, aber auch gefühlt von der Wichtigkeit und auch der Präsenz dieser Figuren. Das fand ich ein bisschen schade. Da hätte man ein bisschen mehr draus machen können. Irgendwie hatten die Baker, die Baker-Familie im siebten Teil, vor allem Jack Baker natürlich, hatte irgendwie mehr Screentime einfach. Mehr Dominanz im Spiel war irgendwie ständig präsent oder immer wieder mal. Und das hat ihn wirklich zu einem erinnerungswürdigen Antagonisten gemacht. Das fehlt mir in Village leider. Im Gegensatz zu Resident Evil 7 habe ich in Village nicht wirklich das Gefühl, jetzt eine Bindung zu den Antagonisten aufgebaut zu haben. Und, da kommen wir vielleicht zum nächsten Punkt, auch nicht zum Protagonisten. Ethan Winters ist im achten Teil ungefähr genauso persönlichkeitsbefreit wie im siebten Teil. Ich weiß, es gibt einige, die können mit der Figur was anfangen, aber ich gehöre zu denen. Und ich glaube, das ist auch immer noch die Mehrheit, was man so jetzt gelesen hat zumindest, die den Charakter für ziemlich leer und persönlichkeitslos halten. Und grundsätzlich habe ich überhaupt nichts dagegen, wenn man so einen stummen Protagonisten macht, so eine Hülle für den Spieler. Gerade in japanischen Spielen ist das ja wirklich ein sehr beliebtes Stilmittel. Und da habe ich wirklich nichts dagegen. Ich mag das sogar ganz gerne. Ist mir tausendmal lieber als irgendwelche Charaktere, die mir dann noch am Ende unsympathisch werden, weil sie Trottel sind, dann lieber nichts sagen lassen und lieber nur eine Spielhülle sein. Wie ja auch in fast jedem westlichen Rollenspiel, wenn ich darüber nachdenke. Aber ja. Aber nee, Ethan Winters ist so ein Hybrid aus jemandem, der ständig die Klappe offen hat und ständig redet, aber irgendwie keine Persönlichkeit hat. Sie zeigen auch sein Gesicht nie. Auch im Promomaterial vermeiden sie das, was auch darauf hinweist, dass der wahrscheinlich wirklich seine Spielerhülle sein soll. Aber dafür ist er dann doch wieder zu verbal. Und das funktioniert für mich gar nicht. Also Ethan hat für mich leider überhaupt nicht funktioniert. Aber gut, mein Gott, damit kann ich leben. Und der Schluss des Spiels war für mich ein bisschen zu gerusht. Ich finde, das Spiel hat grundsätzlich eine ganz gute Länge. Wenn man sich auch, wie gesagt, für einige Oberhäupter, finde ich, ein bisschen mehr Zeit hätte nehmen dürfen. Durchaus ist es schon in Ordnung im Großen und Ganzen, finde ich. Äh, aber der Schluss ist mir ein bisschen zu schnell. Da hätte man sich, finde ich, definitiv noch mal ein bisschen Zeit lassen können. Ne, ich bin wirklich eher ein Spieler, der sich bei Spielen oft denkt, so, na, jetzt komm halt mal zum Ende, Mensch. Jetzt müssen wir hier noch ewig lang das irgendwie rauszögern. Äh, langweilig. Aber nee, hier war es genau andersrum. Hier dachte ich mir, da hätte noch ein richtiges Kapitel am Schluss, finde ich, kommen dürfen. Und dann, wenn wir schon bei der Kritik sind, gibt es einige Spielmechaniken. Das sind zwar nur Kleinigkeiten, die kann man auch weitgehend irgendwie tolerieren. Oder ignorieren, besser gesagt. Aber da habe ich mir schon gedacht, also, das ist irgendwie komisch und aufgesetzt und auch fehl am Platz. Speziell rede ich vor allem von diesem Jagd, von dieser Jagdmechanismus unter großen Anführungszeichen. In dem Dorf sind ab und zu Tiere, die kann man töten und deren Fleisch mitnehmen, damit man Ethan upgradet. Das fand ich super dämlich und hat mich richtig, richtig gestört. Das hat mich richtig sauer gemacht, weil es so dämlich ist. Aber auch das nur eine Kleinigkeit. Ja, und auch manche Referenzen oder Bezüge zu alten Resident Evil Teilen fühlen sich ein bisschen aufgezwungen an. Und passen nicht so, oder fühlen sich nicht so natürlich an. Die passen nicht so richtig rein. Da hätte man vielleicht ein bisschen mehr, entweder mehr Verbindungen herstellen sollen oder das Ganze lassen. Manches ist da irgendwie ein bisschen draufgedrückt, finde ich. Die Easter Eggs, die teilweise drin sind, finde ich sehr schön. Aber die direkten Bezüge dann teilweise in der Story, finde ich eher doof. So, na gut. Dann beenden wir jetzt hier mit den spoilerfreien Part. Also Vorsicht, Warnung, ausdrücklich. Und jetzt gehe ich ganz spezifisch auf ein paar Teile an, also auf die einzelnen Bereiche ein und werde da auch viel wirklich ins Detail gehen. Also wenn ihr ungespoilt ins Spiel gehen wollt, dann hört jetzt lieber auf, weil jetzt nehme ich keine Rücksicht mehr. Jetzt wird alles rausgespoilt. Also, ich persönlich hatte von dem Spiel erstmal am Anfang wirklich einen anderen Eindruck, als das Spiel dann tatsächlich war. Ich dachte, es wird sehr viel mehr Resident Evil 4. Ich dachte, dass man in dem Dorf am Anfang zum Beispiel sehr viel länger unterwegs ist und sehr viel mehr so belagerungsartige Arena-Kämpfe durchleben muss. Mit verschiedenen Gegner-Konstellationen und Gegner-Arrangements, so wie es eben auch in Resident Evil 4 war. Und ich dachte, Resident Evil 4 war hier auch von der Struktur her ein sehr viel größeres Vorbild. Weil ja auch das Intro des Spiels genau das hieß. Das Spiel geht im Grunde los wie Resident Evil 4. Man kommt in das Dorf und dann geht die Belagerung los. Und dann kommen verschiedene Gegner und dann kommt auch noch so ein großer, mächtiger Gegner, wie eben der Kettensägenkerl aus Resident Evil 4. Man kann sich dann verbarrikadieren und muss sich durchkämpfen, bis dann plötzlich alle, wie unter Hypnose, den Kampf verlassen und man steht wieder alleine in diesem Dorf. Genau das Intro aus Resident Evil 4 hat man auch in Resident Evil Village. Aber dann geht so nicht weiter im Gegensatz zu Resident Evil 4. Ganz im Gegenteil. Dann nimmt das Spiel plötzlich ganz stark das Tempo raus. Und das hat mich erstmal irritiert, weil ich dachte so, okay, nee, das ist gar nicht, was ich erwartet hatte. Aber im Grunde variiert das Spiel dann eben wirklich in seinen Bezügen zur Reihe und in seinen Spielmechaniken sehr stark. Weil dann geht es auch schon relativ flott, nämlich auf in Dimitreskos Schloss. Und dort wird das Ganze dann sehr viel ruhiger und sehr viel entspannter. Und diese Action aus dem Dorf ist dann plötzlich komplett vergessen. Plötzlich gibt es nur noch dunkle Kellerareale, wo diese niederen Vampirkerle rumlaufen. Man wird ständig von den Töchtern und von Dimitresko selbst verfolgt. Und auf dem Dach gibt es dann noch so ein paar fliegende Gegner. Aber das ist wirklich alles sehr ruhige Passagen. Man kann sich viel umschauen. Man geht oft durch irgendwelche Gänge und löst kleine Rätsel, ohne dass man von irgendwelchen Gegnern belästigt wird. Das ist ein super Tempowechsel, ein super Kontrast zum Einstieg des Spiels. Und das wahrscheinlich auch absichtlich durchaus. Hier will man wahrscheinlich wirklich eben genau diesen Kontrast erzeugen. Echt schade fand ich's, dass vor allem die Töchter von Dimitresko wirklich so schnell abgefertigt werden. Das ist irgendwie wirklich so, man wird von der ersten ein bisschen verfolgt, Bosskampf sie ist tot. Zweite ein bisschen verfolgt, Bosskampf tot. Dritte ein bisschen verfolgt, Bosskampf tot. Und dann sagt Dimitresko so, what the fuck, alle meine Töchter sind tot. Und dann wird man ein bisschen von Dimitresko verfolgt, Bosskampf tot. Das ging mir irgendwie viel zu schnell. Das war so zack, 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 hier alle abgearbeitet, zur Schloss, fertig, weiter. Da hätte ich gern ein bisschen mehr gehabt. Ein bisschen mehr Interaktionen mit Dimitresko, ein bisschen mehr Hintergrundgeschichte. Man findet ein paar Dokumente, aber ehrlich gesagt nicht besonders viel. Da wäre es mir lieber gewesen, wenn man sich ein bisschen mehr Zeit nimmt und ein bisschen mehr auf diese Figuren eingeht. Und dann sagt das Spiel im Grunde so, so jetzt ist das Schloss vorbei, jetzt geht's auf zu Beneviento. Also zwischen den Kapiteln kann man immer wieder ins Dorf zurück. Das ist wirklich so ein bisschen, da hat es, das Spiel hat teilweise, ich habe vorher schon gesagt, dass es so ein bisschen alle Resident Evil Teile einfangen will, aber nicht nur. Es fängt eben auch ein bisschen Silent Hill mit ein, zu dem kommen wir jetzt dann gleich. Und, aber auch ein bisschen Zelda und ein bisschen Dark Souls. Also es hat da schon irgendwie sich aus allem möglich ein bisschen bedient. Und es gibt tatsächlich einige Rätselpassagen, die echt einfach Zelda-Rätsel sind. Vor allem Breath of the Wild. Diese Kugel-Minispiele zum Beispiel sehr stark, aber auch so diese Fackel-Anzündspiele. Da gibt es ein optionales Rätsel. Da muss man dann, das ist jetzt wirklich ein großer Spoiler, also wirklich Vorsicht, ne. Also ein großer Gameplay-Spoiler, weil ich hier das ganze Rätsel im Grunde spoilere. Dann muss man nicht nur mit einer Schwungfackel, wie man das aus dem Schloss kennt, durch Anstoßen die Fackeln anzünden, sondern man muss dann auch Gegner, die unendlich spawnen, bis man das Rätsel gelöst hat, mit dieser Fackel in Brand setzen und dann in einen anderen Raum locken, damit dieser Gegner dort eine Fackel anzündet. Also wirklich so Physik-Rätsel mit Feuer und so ein bisschen um die Ecke denken. Und dann haben wir die Welt, die eben sehr stark wie Demon's Souls oder vor allem, finde ich, Dark Souls 2 strukturiert ist. Mit dieser Hubworld und eben diese vier Stränge, in die diese geht. Aber gleichzeitig eben auch so ein bisschen Oldschool Zelda hat mich das erinnert, weil man findet in jedem großen Bereich im Grunde ein neues Werkzeug, das man dann benutzen kann, um neue Schätze oder Bereiche aus dem Dorf in der Hubworld freizuschalten. Außerdem jedes Mal, wenn man zurückkommt, verändert sich die Hubworld ein bisschen. Neue Gegner platziert und so weiter. Cool, finde ich gut, finde ich wirklich cool. Aber das ist nicht aus irgendeinem Resident Evil Teil inspiriert, das ist aus anderen Spielen inspiriert. Aber gut, machen wir weiter mit Beneviento. Bis jetzt war mein Eindruck eben so, das Schloss sehr gerusht, gerusht, stimmungsvoll, aber sehr gerusht, irgendwie sehr schnell. Und diese Verwunderung darüber, dass der anfängliche Resident Evil 4 Part unter Anführungsstrichen so kurz ist. Dann geht's weiter zu Beneviento. Und Beneviento hat mich in gewisser Weise überrascht. Ich habe schon erwartet, dass wir ungefähr sowas in der Richtung sehen, aber das war dann schon ziemlich crazy. Also man geht am Anfang in dieses Haus, verliert dann im Grunde recht schnell alle seine Waffen und merkt schon, aha, das ist jetzt so eine Passage. Hier erwartet mich kein Kampf. Ich kann mich auch nicht wehren. Ich bin jetzt hier in diesem Haus gefangen, in diesem Rätselhaus, in diesem Escape Room Haus. Und muss dann auch wirklich mehrere Rätsel lösen, eine Reihe von Rätseln. Man muss so eine Puppe untersuchen und findet verschiedene Schlüsselelemente und geht dann durchs Haus, um das alles quasi irgendwie dahin zu bringen, wo es hingehört. Fand ich ganz nett, die Stelle. Fand ich wirklich ganz nett. Und dann wird's richtig, richtig abgefuckt. Weil dann plötzlich betreten wir den Bereich, der mich eben sehr stark an den Trailer zu Silent Hills erinnert hat. Also nicht Petit, sondern es gab dann später auch mal einen Trailer. Ein kurzer Trailer, in dem man nur so ein bisschen gesehen hat, was sich da Kuchima und Gullermo del Toro an krankem Scheiß zusammen gedacht haben. Und daran fühlte ich mich sehr stark erinnert. Weil plötzlich findet man am Boden, ne, das Licht geht aus, es ist plötzlich dunkel in diesem Rätselraum. Und plötzlich findet man am Boden eine blutige Spur mit so etwas wie einer großen Nabelschnur, die da liegt. Und die verfolgt man dann. Und dann kommt plötzlich aus der Dunkelheit im Grunde ein riesiges, bizarr verformtes Baby, das auf einen zukrabbelt und lacht und Babygeräusche macht und einen verschlingen will. Und dann kommen wir so ein bisschen, das geht so ein bisschen in Richtung Alien Isolation, wenn man das gespielt hat, muss man im Grunde vor diesem Ding fliehen und sich unter irgendwelchen Betten und in irgendwelchen Schränken verstecken. Vielleicht auch Silent Hill Shattered Dreams hieß es, glaube ich, ne. So ein Reimagining, so ein bisschen vom Ersten, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht und wie man sich auch nicht wehren konnte. Äh, genau. Und das war ne total abgefuckte Freaky-Stelle. Ich fand die richtig cool auch, aber hab mir auch echt Angst gemacht und hab mich gestresst. Ich war froh, dass die nicht zu lange ist. Dann kommt man raus und kämpft gegen Beneventio und ihre Puppen. Und dann ist im Grunde das Beneventio-Haus schon abgeschlossen. Ich hab das jetzt lang ausgeführt, weil das bei mir auch wirklich einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Das ist eine sehr coole Stelle. Ging aber auch sehr schnell dann im Endeffekt. Gerade der Puppenkampf, da läuft man durchs Haus, findet die dreimal und dann ist es kaputt. Das ist nur ein Fangspielen oder ein Suchenspielen, quasi Versteckenspielen. Das wollte ich sagen. Das ist mir gerade nicht eingefallen, wie das heißt. Versteckenspielen. Ende. Fand ich ein bisschen schade. Schön fand ich, dass dann quasi noch erklärt wird, dass Beneventio im Grunde mit örtlichen Pflanzen rum experimentiert, um Halluzinationen ganz gezielt bei Menschen auszuführen oder auszulösen. Und dass sogar dann später noch erklärt wird, warum sich ihre Puppe bewegen kann. Weil ich dachte mir wirklich, okay, jetzt geht es aber wirklich schon in einen übernatürlichen Bereich. Und selbst wenn die mir irgendwie erklären, dass jetzt die telekinetische, telepathische Kräfte entwickelt haben, wäre mir das ein bisschen zu weit gegangen. Das geht dann schon einfach wirklich in so übernatürlichen Bereich. Das hätte ich nicht gut gefunden. Aber die haben sich wenigstens eine etwas hanebüchene, naturwissenschaftliche unter Anführungsstrichen Erklärung überlegt. Das fand ich gut. Für Resident Evil Verhältnisse voll in Ordnung. Die experimentiert eben viel mit Pflanzen und kann dadurch irgendwie ganz gezielt Halluzinationen hervorrufen und hat ihren Parasiten, weil zu dem kommen wir aber noch, hoffe ich, ich vergesse hoffentlich nicht, mit der Puppe geteilt, damit sie die Puppe lenken kann. Ja, die Parasiten und der Mold und die Pilze haben ja irgendwie eine Verbindung miteinander. Das wissen wir ja schon. Da ist fraglich, ob das über Enzyme funktioniert oder wie da genau die Kommunikation funktioniert. Aber gut, okay, soweit. Der Stretch ein bisschen auf Disbelief, die Suspension auf Disbelief, besser gesagt, muss hier so weit sein, dass man akzeptiert, dass es halt diesen Pilz gibt, der irgendwie eine Verbindung hat miteinander. Und dann passt das schon. Na gut, okay. Benevento auch, finde ich, sehr schnell abgehakt, leider. Aber wirklich eine Passage, an die ich mich den bleibenden Eindruck hinterlassen habe. Eine coole Passage. Aber leider eine sehr kurze, finde ich. Wirklich sehr kurz. Dann kommt noch so eine Passage, wo man sich quasi von ihrem Haus zurück ins Dorf kämpft. Das gehört schon noch zur Benevento-Passage. Aber sie und ihre Puppe und alles sind dann eigentlich schon besiegt und abgeschlossen. Äh, okay. Ja, genau. Dann kommt eben Moro. Und Moro, finde ich, echt ist der verschenkteste Charakter überhaupt. Wirklich. Kommt schon. Da haben die irgendwie gar nichts mit dem gemacht, meiner Meinung nach. Da kommt man da eben hin, überschwemmtes Gebiet, überall komische Fischei-artige Wucherungen oder sowas, wie so Froschlaich. Und Moro wirkt irgendwie ziemlich doof, ziemlich dumm, auf jeden Fall. Und scheinbar verwandelt sich Moro ständig in den großen Riesenfisch und deswegen muss er dann immer ins Wasser. Irgendwie komisch. Und dann kommt eben eine Passage, in der kämpft man sich so ein bisschen durch sein Gebiet, aber man trifft nichts außer ein paar Wehrwölfe, die man im Dorf auch schon kennt. Als wollten die Moro nicht mal einen eigenen Gegnertyp designen. Bei Benevento hat man neben dem Riesenbaby und dem Puppen, gegen die man ja dann in gewisser Weise kämpft oder sich verteidigen muss, zumindest zum ersten Mal auch diese zombie-artigen Gegner gesehen. Und der Mitresco hatte ja eben diese Vampir-artigen mit der Kapuze und die Fliegenden. Jeder so seinen eigenen Gegnertyp. Moro nicht. Der kriegt nur Wehrwölfe. Und dann kommt so eine Passage, da muss man so ein bisschen rätselmäßig sich in der überschwemmten Stadt zurechtfinden und Moro kommt dauernd als großer Fisch und will einen fressen. Also wirklich wie dieses Super Mario Level. Und dann lässt man das Wasser ab und kämpft dann gegen ihn in so einer Meerjungfrau, bizarren Meerjungfrau-artigen. Form im Grunde dann. Ja, auch ein Bosskampf, der ganz nett ist, aber im Endeffekt auch nicht. Naja, Moro war finde ich total verschenkt. Kein eigenes, keine eigenen Gegner bekommen. Nervige, großer Fisch frisst sich gleich Passage und dann Bosskampf, der auch jetzt nicht super einen Eindruck hinterlässt. Also naja, schade finde ich das. Auf jeden Fall ist Moro dann auch abgehakt und dann kommt Heisenberg. Und ich finde, Heisenberg ist heimlich der Hauptprotagonist in dem Spiel geworden. Weil der plötzlich, finde ich, also ich weiß nicht, ob es stimmt, ich müsste mal gucken, aber gefühlt hat der die längste und größte Passage im ganzen Spiel, wenn man die Festung mitrechnet. Und der bewirkt dann auch die größte Veränderung im Dorf, wenn man zu ihm kommt und der kündigt sich an, der interagiert viel mit einem, der redet die ganze Zeit mit einem im Gegensatz zu den anderen. Man hört dauernd seine Funksprüche und so weiter. Der war schon am präsentesten. Und da beginnt dann auch wirklich der Action-Teil des Spiels. Also so richtig der Action-Teil des Spiels. Das geht schon damit los, dass man erstmal eine Festung stürmen muss, die scheinbar die Festung dieser Wehrwölfe ist. Da kämpft man sich dann wirklich durch Horden von Wehrwölfen. Hier wird es wieder ein bisschen Resident Evil 4-artig, aber sogar das Finale von Resident Evil 4 war nicht so irre, wie die Massenkämpfe, die man da durchleben muss in der Festung. Hier sieht man sehr schön, was die Wehrwölfe, die Lycans eigentlich für komplexes Movement bekommen haben. Das nutzt das Spiel fast nie. Aber die können wirklich irgendwie sich an Seilen, an Lianen, oder ja doch, es sind Seile, die von der Decke hängen, durch die Gegend schwingen und wirklich hohe Höhen überwinden und gut klettern. Die haben sehr viel Animationen und sehr viel Bewegungsspielraum. Wird eigentlich fast nie genutzt, nur in dieser Passage hier im Stronghold und die ist auch nicht so lange in der Festung. Schade, wirklich, da haben die so einen Gegner mit so komplexen Movement-Möglichkeiten, die nie genutzt werden. Seltsam fand ich das. Und dann, wenn man das hinter sich hat, dann geht es eben auf zu Heisenbergs Fabrik und Heisenbergs Fabrik fand ich persönlich richtig cool. Das ist genau der Part, der in Tests, die ich gelesen habe, oft kritisiert wurde, verstehe ich null. Der hat mir richtig gut gefallen. Crazy over the top Scheiße. Wie ich schon vermutet habe, ist Heisenberg quasi Frankenstein. So wie Dimitresco Dracula ist und Benivento so ein bisschen so eine Geisterhexen, ja so eine Hexe ist im Ersten und Moro, ja weiß ich nicht, Moro ist dann in diesem Vergleich wahrscheinlich eher so Cthulhu. Wirklich. Da fällt mir jetzt gerade kein anderer Vergleich ein, so Lovecraft Horror, die tiefen Wesen. Und wenn es um westlichen Horror geht, meine ich ja zum Vergleiche mit typisch westlichen Horror und Heisenberg ist Frankenstein. Nur eben Industrialisierungs Frankenstein, weil der im großen Maßstab seine Frankensteins Monster oder Heisenbergs Monster in dem Fall herstellt. Und die Gegner funktionieren sehr, 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 sehr stark. Im Grunde genau, die funktionieren genau wie diese, jetzt fällt mir der Name nicht ein, diese großen Krallen schwingenden blinden Gegner aus dem Schlossbereich aus Resident Evil 4. Nur, dass sie eben keine Krallen haben, die sie schwingen, sondern Bohrer und dass ihre verwundbare Stelle meistens vorne auf der Brust ist. Nur einmal hinten, glaube ich. Und sie ist kein Parasit, sondern so ein Dampfventil. In dem aber ein Parasit lebt. Also irgendwie, ja, genau. Und die erinnern aber von ihrer Inszenierung her auch sehr stark an die Borg, finde ich. Widerstand ist zwecklos. Zum Glück nicht wirklich, man kann die schon besiegen, aber die stecken schon ordentlich was ein und sind auch echt keine leichten Gegner. Da muss man sich wirklich ein paar Strategien überlegen, wie man die effektiv besiegen kann. Die einfachste Strategie ist Mine auf den Boden und dann mit irgendwas starkem, Schrotflinte oder so ins Dampfherz schießen. Das funktioniert immer, aber manchmal können die schon echt schwer sein. Und dann gibt es sie eben in verschiedenen Versionen. Dann hat er die, 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 die teilweise, da gibt es eine Stelle, da kommen die plötzlich mit Jetpacks und riesigen Helmen mit Flügel dran. Und dann kommt die super gepanzerte Version. Zweimal, glaube ich, nur im ganzen Spiel. Die Soldat Tank Edition und eben der Jetpack Edition von Soldat. Und oh mein Gott, ist das alles crazy. Ich habe das so geliebt, ey. Ohne Scheiß. Das ist so bekloppt und genial gleichzeitig. Ich mochte das total gerne. Also vom gruseligen What the Fuck her war definitiv Beneviento mein Highlight und vom Action What the Fuck her definitiv Heisenbergs Fabrik. Und dann, wenn man sich durch diese Fabrik kämpft und das ist, finde ich, ein relativ langes Kapitel. Wie gesagt, ich finde, da nehmen die sich Zeit, bekommt man einen kleinen, von Chris offensichtlich selbst zusammengeschusterten Panzer. So ein kleines Panzergefährt mit Kettenantrieb, Riesenmotor hinten, mit drei Armen, die dran montiert sind. An einem Arm eine Kettensäge, an dem anderen eine Gettling und an dem anderen eine Bazooka. Mit unendlich Munition natürlich alles, weil warum nicht? Und dann fährt man raus und dann mutiert Heisenberg zu einem riesigen Monster-Roboter-Blob irgendwie. Und dann kämpft man da in seinem kleinen Kettensägen-Bazookapanzer. Gegen diesen mutierten Riesen-Roboter-Heisenberg. Das ist richtig geil. Meine Güte, hat mir das so bescheuert. Super. Wirklich. Genial. Ach, das war, das war schon ein Highlight für mich. Meine Güte, so viel bescheuerter Over-the-top-Quatsch. Und so, also, total toll. Ich bin immer noch begeistert davon. Das hat mir richtig gut gefallen. Wie gesagt, das haben einige echt stark kritisiert. Und das ist bestimmt nicht für jeden was. Gerade wenn man erwartet, jetzt kommt so ein gruseliges Horror-Resident Evil, wie viele Ableger der Reihe ja dann auch wirklich sind, dann ist das wahrscheinlich ein sehr negativer WTF-Moment. Für mich nicht. Gerade gegen Ende des Spiels habe ich so was in der Größenordnung erwartet. Mindestens. Insofern, sehr cool. Ja, und dann wird später eben auch noch erklärt, das hat mir gut gefallen, dass durch diesen Parasiten, der eben bei allen ja so ein bisschen eigene Mutationen hervorruft, die Heisenberg elektrische Organe ausgebildet hat. Mit denen kann er magnetische Felder erzeugen. Ähnlich wie ein Aal. Also ein Aal, aber ein Aal hat auch, der kann auch Strom erzeugen. So wird das ein bisschen erklärt, so wird das verglichen. Und mit diesen elektromagnetischen Feldern kann deswegen eben Metall manipulieren. Fand ich schön. Keine Telekinese. Er ist nicht Magneto in dem Sinne, sondern er hat einfach Magnetfeldorgane. Warum nicht? Wie gesagt, das ist Resident Evil Logik. Das ist voll in Ordnung. Also wird das auch dann noch für mich befriedigend erklärt. Voll in Ordnung. Dann kommt eine Passage, die hätte nicht unbedingt im Spiel sein müssen, meiner Meinung nach. Aber von mir aus kann man schon machen. Dann kommt nämlich plötzlich Chris mit seinen Leuten und schießt sich wirklich durch eine Passage von Hunderten von Werwolf-Gegnern. Die kommen dann auch wirklich in Wellen. Es gibt wirklich so eine Stelle gegen Ende von dieser Passage. Da ist man an diesem Dorfplatz mit der Schwertstatue, mit der Heldinnenstatue und im Hintergrund ist eine riesige Pilzfestung und man hält einfach nur durch. Da kommen Wellen von Gegnern und man schießt die alle weg und dann kommandiert man mit seinem Laser wieder einen Airstrike auf diese Festung und dann Riesenexplosion und dann kommen wieder Hunderte von Werwolf-Gegnern, die man wieder alle mit seinem Maschinengewehr wegschießt und Granaten fliegen und es ist nur noch das ist das ist bescheuert. Da man hier Chris spielt, weil Ethan quasi außer Gefecht gesetzt wurde, ist ja auch hier keine Progression da. Das ist wirklich nur eine reine Schießbude. Hier kriegt man keinen Loot von den Gegnern, hier kriegt man keine, es gibt keinen Händler, man hat seine ganzen Waffen nicht mehr, man hat das neue Chris Equipment, das ist wirklich so ein reingeschnittenes Ding. Vielleicht hätten die ursprünglich mal geplant, dann DLC draus zu machen oder so und dann doch nicht. Es ist auch eine relativ kurze Passage dann wieder, ich weiß es nicht, fühlt sich fehl am Platz an, aber gut, macht man halt dann, dann übernimmt man wieder die Kontrolle über Ethan und geht direkt im Grunde zum Bosskampf gegen Mother Miranda und dann wird das Ganze abgeschlossen. Das fand ich wirklich an der Stelle schade, weil hier hätte ich mir echt gewünscht, dass Mother Miranda noch ihren eigenen richtigen Dungeon kriegt, also wirklich. Ich dachte echt, jetzt kommen wir nochmal so richtig in den Laborbereich, jetzt kämpfen wir gegen die fehlgeschlagenen Experimente und jetzt ist hier unten wirklich die crazy Kacke am Dampfen. Aber gar nicht. Man geht da rein, Mother Miranda macht gerade ihr komisches Ritual und zack, fertig. Schade, aber gut, so war es dann eben, aber insgesamt sehr positiv. Ja und zur Story des Spiels kann ich sagen, ich muss mich da echt jetzt einarbeiten, mache ich ja sowieso, werde ja viele Videos dazu machen, ist eh ganz klar, aber bis jetzt würde ich sagen, macht das Ganze von hinten bis vorne keinen Sinn. Keinen, keinen, kein bisschen Sinn. Es ist wirklich bekloppt. Meine Güte, wirklich. Also wie gesagt, vielleicht wenn ich mich einlese in das Ganze und Hintergrundinformationen recherchiere, kommt der ein oder andere Aha-Moment, kann ja sein, aber bis jetzt muss ich echt sagen, die Story hat so viel Plotholes und ist so an den Haaren herbeigezogen, dass ich wirklich nicht weiß, was die sich dabei gedacht haben. War wohl ein wilder Entwicklungsprozess, den das Spiel durchgemacht hat. Anders kann ich mir das nicht erklären. Also, es wurde dann quasi revealed, dass Mother Miranda in Wirklichkeit Mia zu irgendeinem Zeitpunkt ersetzt hat und mit Ethan gemeinsam gelebt hat, um das Baby zu empführen. Da geht's schon los. Wie umständlich kann man's denn machen, ein Kind zu empführen? Warum? Warum das Ganze? Das alleine ergibt schon keinen Sinn. Aber das ist nur eine Kleinigkeit. Dann kommt wegen Chris, bringt Mother Miranda um und empführt das Kind und Ethan, weil die müssen untersucht werden, ob die nicht auch schon von Mother Miranda infiziert wurden. Okay, dann wacht aber Mother Miranda wieder auf, weil die nicht wirklich tot war. Das ist auch so ein Punkt, wo ich mir denke, Chris Redfield, der seit über 20 Jahren gegen Biowaffen kämpft, hat sich nicht gedacht, okay, wir sollten die Leiche irgendwie echt gut sichern oder wir sollten sie in kleine Stückchen zacken und in extra Gefäße lagern oder, ne, meine Güte oder verbrennen. Es ist ne, ne, wie, also, das ist nicht sein erstes Rodeo, sollte man meinen. Aber gut, auch das im Vergleich zu dem, was gleich noch kommt, ne Kleinigkeit. Okay, dann wird eben so ein bisschen die, die, die Backstory von Mother Miranda erzählt und die ist, finde ich, wieder voll in Ordnung. Die hat zur Zeit der spanischen Grippe ihr Kind verloren und will das unbedingt wieder erwecken und wollte sich eigentlich schon das Leben nehmen, aber ist dann rein zufällig in einer Höhle auf diesen Pilz gestoßen. Ein riesen Pilzgeflecht, das quasi alle in der Region mit ihren, mit den Sporen oder so anscheinend, weiß ich, die gar nicht genau infiziert hat und die Erinnerungen von allen und die Persönlichkeiten von allen in sich gespeichert hat. Quasi so ein erweitertes neuronales Wettnetzwerk, das alle Erinnerungen von allen Menschen aus der Region in sich hat und aus diesem Pilzextrakt will die jetzt quasi ihre Tochter wieder extrahieren und dafür braucht sie aber einen geeigneten Körper und dann fängt sie an Experimente mit diesem Pilz zu machen und infiziert Leute mit diesem Pilz. Das ist ein Kapitel in der Story aus aktuellem Anlass finde ich das ein bisschen bedenklich, das spielt das auch ein bisschen Kind seiner Zeit, aber hier geht man halt ein bisschen auf so aktuelle sehr bedenkliche und komische Verschwörungserzählungen ein und das finde ich nicht gut, aber auf jeden Fall impft die dann eben zur Zeit der spanischen Grippe die Leute gegen die spanische Grippe, aber eben in Wirklichkeit mit ihrem Pilz Zeugs, weil sie damit Experimente macht und das finde ich einfach aktuell ein bisschen bedenklich, dass man hier auf so bescheuerte Verschwörungsgeschichten eingeht, die dann vielleicht den einen oder anderen auch noch in dem, was er glaubt, bestärken, aber ich denke mal gut, die meisten von uns dürften sich nicht von einem Spiel wie Resident Evil da beeinflussen lassen, da mache ich mir keine großen Sorgen, aber ich finde es gefährlich, sowas, ich hätte mich vielleicht jetzt nicht auf das, auf die Erklärung, auf das Thema eingelassen, wenn ich Capcom gewesen wäre, aber gut, ist halt dann so. Naja, und dann hat sie eben später aus irgendeinem Grund noch einen Parasiten auf Basis dieses Pilzes entwickelt, um die Leute leichter zu infizieren, der Kudo oder so ähnlich und das ist dann eben der Bezug, wo ich sage, okay, hier wollten sie wahrscheinlich eine Resident Evil 4 Referenzen in Bezug einbauen, aber das ist ein bisschen, warum, warum, kann es nicht einfach der Pilz sein, aber auf jeden Fall macht sie dann viele Experimente, die meisten Menschen, die das überleben, werden aber dann eben zu diesen Lückerns, zu diesen wolfsartigen Kerlen und das wollen die gar nicht, die sind quasi ein ungewolltes Nebenprodukt, werden aber dann trotzdem irgendwie, keine Ahnung, auf jeden Fall, ja, werden dann aber eben vier Kandidaten besonders toll und zwar eben Dimitrescu und Moreau und Beneviento und Heisenberg, aber alle von denen sind gleichzeitig auch nicht geeignet, weil sie eben doch alle ihre Nachteile haben. Und dann macht eben Miranda einen Deal mit der Connection, die Connection sagt, ja, ja, wir machen dir einen Klon von deinem Kind, gib uns einfach DNA und Pilz, sie sagt, yay, dann machen die aber Biowaffen draus und sie sagt, oh, aber dann erfährt sie irgendwie, dass Ethan und mir ein Kind kriegen und aus irgendeinem Grunde ist sie dann ganz sicher und davon überzeugt, dass das der perfekte Wirt für ihr Kind ist. Ja, und zwar deswegen, weil, dann wird noch irgendwie revealed und jetzt kommt wirklich der große WTF-Plot-Twist, der echt keinen Sinn macht. Und zwar ist Ethan in Wirklichkeit schon damals vor drei Jahren im Bosskampf gegen Mia quasi gestorben. Jack Baker hat ihn umgebracht und der Pilz hat quasi komplett seinen Körper übernommen und ersetzt. So ähnlich wie die Fliegen das bei den Töchtern von Dimitrescu auch gemacht haben. Aber ja, gut. Und jetzt sind wir quasi Pilz-Ethan in Wirklichkeit und haben jetzt mit mir zusammen ein Halb-Mensch, Halb-Pilz-Baby und das ist jetzt irgendwie aus irgendeinem Grund der perfekte Wirt für die Persönlichkeit von dem verstorbenen Kind von Miranda. Keine Ahnung. Und Ethan und das ist wirklich ein bisschen bescheuert, weil erstens okay, Ethan hat damals auf der Baker Farm komischerweise kein Gegenmittel gegen den Pilz genommen. Da frage ich mich auch schon, warum eigentlich nicht? Das wäre vielleicht eine gute Idee gewesen. Der war da auch ziemlich lang. Zweitens, das ist wirklich ein großer Punkt, wurden Mia und Ethan nicht vielleicht von der BSA untersucht, bevor die Heim geschickt werden? Hat man da nicht festgestellt, so, oh, dein Blut besteht zu 100% aus Pilz. Interessant. Nein, echt nicht. Wie genau reproduziert denn dieser Mold jetzt Ethan plötzlich? Und vor allem warum? Warum? Das macht der Pilz nicht. Also der Mold, den wir kennen, der übernimmt entweder die Leute quasi, macht die zugänglich zu Evelins Gedankenkontrolle oder aber er überwuchert Leichen und dann werden die Moldet draus. Dass der plötzlich den Körper von jemanden eins zu eins reproduziert. Ja, gut, aber gut, ist halt vielleicht eine einmalige Anomalie dieser Ethan, das mag ja sein. Aber wie gesagt, das haben die nicht gemerkt bei der BSAA, dass der jetzt ein Pilz ist komplett und haben den dann in sein privates Leben zurückgeschickt. Okay, gut Job. Keine Ahnung, das finde ich so bescheuert. Und dann kopiert der Pilz quasi Ethan auch noch so genau, dass der sich sogar reproduzieren kann. Der hat dann quasi Mold-Spermien oder wie. Also, ne, wirklich. Das ist, ich finde das so beklopft. Und dann kommt noch hinzu, dass quasi Mother Miranda anscheinend auch die Gestalt dieser alten Hexe angenommen hat und Ethan so ein bisschen zu navigieren, ihn zu leiten durch das Dorf und so. Und es gibt ehrlich gesagt keinen Grund, warum eigentlich. Warum denn das Ganze? Sie braucht Ethan am Ende nicht für ihren großen Plan, ganz im Gegenteil, sie will ihn dann selber umbringen. Es gibt auch keinen plausiblen Grund, warum sie jetzt ihre vier Lords loswerden will und ihre ganzen Wehrwolf-Armee-Leute. Warum macht sie das? Warum bringt sie ihn nicht gleich an Ort und Stelle um? sie wirklich, er macht keinen Sinn, sie lässt ihn absichtlich leben und hilft ihm sogar ein bisschen. Warum? Außerdem thematisiert das Spiel ja dann quasi, dass Ethan eigentlich schon lange tot ist und er nur eine Pilz-Kopie ist. In der Story wird aber recht eindeutig gezeigt, dass auch das Baby der Winters in Wirklichkeit zerstückelt wurde und tot ist und der Pilz eine Kopie von ihr hergestellt hat, von ihrem Körper. Und das ist irgendwie dann kein Problem, das wird nicht mehr thematisiert, das ist okay, das ist nämlich ein großer Plottwist und ein großes Drama, so von wegen Ethan ist in Wirklichkeit schon lange tot. Ja, aber das Baby auch. Ne, keine Ahnung, interessiert niemanden, das wird übergangen, das wird nie wieder erwähnt, okay, keine Ahnung, was? Und, warum zur Hölle überfällt Miranda eigentlich plötzlich Dorf mit ihren Lückerns. Auch das macht keinen Sinn. Warum macht sie das? Es gibt dafür keine Erklärung. Das ist nicht notwendig für das Ritual in irgendeiner Form. Zumindest erklärt mir das das Spiel nicht. Warum es notwendig wäre. Und wenn sie jetzt erst anfängt die Dorfbewohner zu schlachten und Heisenberg jetzt erst die ganzen Dorfbewohner in seine Waffen umwandelt. Wie immer wieder angedeutet. Aber das muss doch den Dorfbewohnern auffallen. dass irgendwas nicht stimmt. Und warum verwandelt sich dann überhaupt eigentlich der eine Kerl am Anfang vom Spiel. Warum verwandelt er sich in den Wolf? Ich dachte eigentlich dass Miranda den Parasit einsetzt und dadurch werden die zum Wolf. Das macht alles keinen Sinn. was ist mit dieser Story los? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh 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 Gott, oh Gott. Also es um die andere Loch gestopft. Ich habe es einmal durchgespielt, vielleicht habe ich etwas falsch verstanden, vielleicht habe ich eine Notiz übersehen, alles möglich, aber so viel durcheinander habe ich selten erlebt, selbst in einem Resident Evil Spiel. So, okay, dann kommen wir jetzt aber mit diesem ausführlichen Fazit, würde ich sagen, zum Ende. Äh, auch wenn ich jetzt am Schluss vom Video sehr viel gerantet habe, weil halt wirklich das Spiel eindeutige Probleme in vielen Bereichen hat, ist mein insgesamt der Eindruck sehr sehr positiv. Mal schauen, wie sich das in den nächsten Tagen entwickelt. Ich werde es wie gesagt noch ein bisschen weiter spielen auf jeden Fall und muss vielleicht auch erstmal darüber schlafen, weil die Eindrücke jetzt noch alle ganz frisch sind. Aber ich glaube tatsächlich Resident Evil Resident Evil 8 wird zu meinen persönlichen Lieblings Resident Evils gehören. Resident Evil 4 und auch Resident Evil 2 und 1 und die Remakes von 2 und 1 wird es wahrscheinlich nicht von meinem persönlichen Thron schubsen können, aber vielleicht, vielleicht dann so. So, ne? So 1, 2, Remake 1, Remake 2, Resident Evil 4, Resident Evil 8. Das ist vielleicht dann so die Liste meiner, also jetzt in unsortierter oder in chronologisch sortierter Reihenfolge. Durchaus vielleicht die Liste meiner Lieblings Resident Evils. Das kann echt sein, dass es damit mit aufgenommen wird in Zukunft, wenn ich über gute Resident Evil Teile rede. Oder was heißt gute? Die, die mir persönlich am besten gefallen haben. Tja, jetzt aber wirklich Schluss, Mensch. Danke, dass ihr mit dabei wart. Und danke vor allem, wenn ihr wirklich bis jetzt zum Schluss durchgehalten habt. Das machen wirklich nur die wenigsten. Also, yeah. Wenn euch das Video gefallen hat, liken und abonnieren bitte nicht vergessen. Dann mögen die Tentakel der Tiefe mit euch sein. Und eure Meinung natürlich zu Resident Evil 8, wenn ihr es auch schon durch oder angespielt habt. Oder auch nicht. Schreibt mir gerne in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren. Macht's gut. Bis zum Walden Mal. Ciao.